Ja, hallo Leute, hier ist Element of Art mal wieder. Ich bin gerade auf dem Weg nach Rangsdorf mit der S2 nach Blankenfelde gefahren und jetzt auf einem Waldweg Richtung Rangsdorfer See, den ich heute mal filmen will. Ihr merkt schon, ich habe gerade so eine Tendenz ins südliche Umland. Muss ja auch mal sein. Im Norden bin ich ja oft genug. Und da ich gestern schon hier in der Gegend war, am Mellensee, liegt es nahe, dass ich heute mal den Rangsdorfer See in den Mittelpunkt des Videos stelle, beziehungsweise halt einfach mal filme und ich lasse mich überraschen, was so auf mich zukommt und wünsche euch viel Spaß beim Video. Und schon bin ich am See. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.